Willkommen hier im Schnäppchenkeller von profischnapp.de in Impfingen. Ein wirklich tolles Schnäppchen habe ich jetzt für Sie und zwar von Tommy M. Thomas Machalke aus Oberfranken, einem Freund von mir. Ein tolles Fotomodell, der Sofa Abel oder Abel als Dreisitzer in Leder Bourbon Tann. Ein wirklich kubisch klassisches Sofa in einem geilen Vintage Leder mit super geilem Griff und mit einem mittelsoften Sitzkomfort, eher sogar etwas fester. Losen Rückenkissen, hier mit Stehband. Lederland ist der Format dieses Modells, eine Kette aus Belgien und Holland. Und dafür wurden Fotos gemacht. Wir haben das gleiche Sofa, es ist noch etwas größer, in Leder Braun, also dunkler. Kann man auch schön kombinieren. Ob es noch da ist, wenn Sie das Video sehen, weiß ich nicht. Auf dem Sofa können Sie hervorragend auch liegen. Sie können das Sofa komplett von den Kissen befreien und reinigen. Mit Gletschverschluss hebt das aber bombenfest. Sofa hinten voll besogen, warme Farbe, gut zu kombinieren mit Holz. Klassische Formgebung, passt immer, auch in zehn Jahren noch. Und ein geiles Cowboy-Leder, Cowgirl-Leder, ein Leder zum Leben, zum Anfassen, zum Genießen. Also, mein Favorit, vielleicht auch Ihrer, Sofa Abel von Tommy M. Zum Subskriptionspreis von 1.190 Euro plus 99 Euro Versand deutschlandweit. Schnappen Sie zu oder kommen Sie nach Empfingen. Dankeschön, Ihr Lux Reinhardt und Tschüss.